Das ist mir schon klar, deswegen gehe ich ja in die Mitte. Ich versiere den nächsten Ring an, Leute. Hab ihn an eure Karten geschickt. Ja, ich komme zurück. Ich muss mich weiter teilen. Eine weitere Variable für die Labo-Wart. Das ist ein paar Informationen ausmachen können. Meine ultimative Fähigkeit ist bereit. Wir rücken auf mein Kommando vor. Okay. Wir sind schon im nächsten Ring. Jetzt warten wir. Der Replikator ist unterwegs. Replikator nähert sich. Mügele ausfahren. Ich vergesse den High-Craft nicht. Mügele ausklappen. Vorsicht. Ich habe eine Variable hinzugefügt. Bitte eine Variable ein. Rotalarm. Alle Systeme in Kampfbereitschaft. Bin in Kampffosition. Mügele ausfahren. Was muss ich schauen? Wollten Sie im Falle einer Notsituation treffen können, schießen Sie einfach wild in die Luft. Vielleicht haben Sie ja Glück. Okay. Ich behalte diesen Quadranten im Auge. Platziere Gasfalle. Mügele ausfahren. Die Hälfte der Squats hat ins Gras gebissen. Suche eine Schachstürze-Optik. Looten. Welche Beute ich da drüben wohl finde? Okay. Fieele fast. Da. Das ist auch nicht schön. Inverlasse eine Gasballe. Mügele ausklappen. Die reine Variablage. Ziel gesichtet. Ich lasse den Quadranten dort, nicht aus den Augen. Platziere eine unabhängige Variable. Dann spendet am Boden. Das ist eine Gasfalle. Nee, nee. Ja. Nimm das, du Blödmann. Was? Ich habe beeindruckt für mich selbst. Borgi, hier. Eine weitere Variable für die Labora. Lade Schild auf. Bring aktuell in Bewegung. Wir befinden uns im nächsten Mal. Was für ein Glücklicher Zugriff. Vorgehen meine Fahrten. Lade nach. Ab dem Platz. Ab morgen werdet ihr nur Flugangst haben. Lade nach. Achtung. Ich habe mit Laos Zähnen gezählt. Hast du überhaupt Zähne? Diese Kernpakete werden wahrscheinlich das Detail zu unseren Gunsten verschieben. Lade Schild auf. Feind gesichtet. Ich habe das Gefühl, ich sollte mich hier... Wir haben da draußen einen Bandit. Gasfalle platziert. Nebel ausklappen. Nebel ausklappen. Nebel ausklappen. Die Falle ist aufgestellt. Daten folgen in Kürze. Die Falle ist auf dem Anflug. Diese Fesseln geben nicht so leicht nach. Vogel im Anflug. Wenn er auf dir landet, bedeutet das Glück. Die Falle ist auf dem Anflug. Die Falle ist auf dem Anflug. Enemies in West. Enemies in North. 6 Quads Left. Damn, wir haben eine gute Position. Die Falle ist aufgestellt. Die Falle ist aufgestellt. Daten folgen in Kürze. Okay, you already planted your gas traps. You're right. Oh. 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 in der Nähe. Sekunde, Heilung läuft. Subjekt gesichtet. Lass nach uns gefunden. Auf der Erde beschossen. Box 3, was ist denn ausgekickt? Lade Schilder auf. Flügel ausklappen. Hier rein im Varianten halten. Moment, regeneriere. Meine nächste Position markiert. Red Shooter. Die Fall ist offen. Darbens Folgen in Kürze. Flittergranate kommt. Meine Sicht ist klar. Hier war eine Varianten Line. Sie werden gefesselt. Red Shooter was her. Bewegt ihr bei mir in sich fliehen. Bewegung. Gern geschehen. Heißt es wann? Geht hier entlang. Flittergranate unterwegs. Flittergranate unterwegs. Lade nach. Bandit am Boden. Begeben wir uns zu diesem Sektor. Lade meine Schilder auf. Lade meine Schilder auf. Start in den Countdown. Start in den Countdown. Flittergranate. 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 Watson ist schuldig. Ich habe mit Klauen und Zähnen gekämpft. Hast du überhaupt Zähne? Ich habe den nächsten Ring gefunden. Schaut auf eure Karten. Rotalarm, welche in Positionen bereit zum Angriff? Alle Systeme gefechtsbereit. Die unabhängige Variable hinzugefügt. Die Anschneidzeichen wurden sehr aktiviert. Sie dürfen sich in den Outlands frei bewegen. Looks like it. Not alone. Definitely not alone. Wir sind im nächsten Ring. Ein positives Netto Resultat. Ich habe ein Begegnung nicht mehr. Feuerer. Bootshield. Knöbel ausfahren. Eine weitere Variable für die Labora. Lass ihre Gas machen. Knöbel ausklappen. Ich habe keine schwere Munition mehr. Friss einen Bogenstern. Wer versteht da Granate? Blittergranate. Oh ja. Hey, danke. Keep that door close, man. Keep that door close, man. Eliminator point. Eleminator point. Nehmt einen Tief. Hier ist eine Schildbatterie. Lade Schilder auf. Blügel ausfahren. Diese Fesseln geben nicht zu reich machen. Platziere eine unabhängige Variable. Eröffne Feuer. Setze ein Phönix-Kit ein. Lade Schilder auf. Lade Schilder auf. Lade nach. Lade meine Schilder auf. Sekunde. Heilung läuft. Zehn Sekunden bis der Ring sich fließt. Bewegung. Nahes Ziel. Lade nach. Sekunde. Heilung läuft. Zehn Sekunden bis der Ring sich fließt. Bewegung. Nahes Ziel. Z. Sein Sekunden bis zur Ring sich fließt. Z. Sein Sekunden bis zu. R Fang zum Anteil. Z. Maikhil auf. Z. Sie sind Apex Champions. Das war Spaß.